Jetzt pass immer auf hier, wenn es noch einmal passiert, dann kannst du mal was erleben, Freundchen. Sie haben es dir richtig gezeigt. Wie machen Sie das nur? Ja. Du willst wissen, wie das passiert? Sie willst wissen, wie ich das mache? Okay. Wenn du es bist, ich verrate dir mein Geheimnis. Diodo Rant. Hier, probier es mal. Pass mal auf hier.